Kickfighter TV von der MMA K1 Bundesliga 2013 aus dem Boxgymnasium Heidelberg sind jetzt der Tom und die Johanna bei mir. Ihr habt eine Durchsage zu machen, ihr zwei. Ganz genau. Erstmal bedanke ich mich bei Kickfighter für die Plattform. Problem ist folgendes, Johanna Kruse, C-Klasse Kämpferin aus dem Stall. Boxgymnasium findet leider keine Gegnerin in Deutschland. Isa hat uns tatkräftig geholfen, vier Wochen jemanden zu finden. Jetzt hier mit der Aufruf, wir kämpfen gegen jede bis 65 Kilo, auch B-Klasse. Wäre schön, wenn ihr euch meldet unter www.boxgymnasium.de. Danke. Dankeschön.